Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo zusammen, die besten Geschichten schreibt das Leben. HBO schickt am 2.5. die White House Plumbers auf Sky ins Rennen. Ich bin der Sven und natürlich nicht alleine. Hallo Theresia. Hallo. Die Autoren Alex Gregory und Peter Haig und der Regisseur David Mandel beleuchten eine neue Sicht auf die Ereignisse im Watergate-Skandal. Nicht die Journalisten Woodward und Bernstein von der Washington Post stehen hier im Fokus, sondern eine, sagen wir mal, neue Truppe. Also ich stehe auf Serien und Filme über diese Epoche. Wie sieht es da bei dir aus? Ich schaue mir das auch ganz gerne an, aber ich muss dann auch nochmal kurz die Geschichtsbücher wälzen, um mich nochmal etwas einzulesen in die Thematik und in die einzelnen Charaktere, was doch sehr gewollt war. Aber ich schaue mir doch auch solche Realgeschichten auch gerne an, weil manchmal sind es die dolleren Geschichten, als was sich Hollywood ausdenken könnte. Das stimmt. Ja, also die Serie setzt tatsächlich schon relativ viel Wissen voraus. Zumindest, dass man ungefähr weiß, worum es so in dieser Ära geht. Das fand ich auch etwas anstrengend am Anfang, weil man sich dann tatsächlich, wenn man sich jetzt nicht super auskennt, halt schon etwas recherchieren sollte. Dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Hattest du schon mal vorher von den Plammers gehört? Nee, also ich kannte natürlich den Watergate-Skandal, das da eingebrochen worden ist, da in das Demokraten-Büro und dass damit halt dann eben nichts in den Fall gebracht worden ist, weil das offensichtlich Verbindung zu ihm hatte. Aber so im Detail, was er genau dahinter gesteckt hat oder so diese Vorgeschichte war, das war mir jetzt nicht so bekannt. Ich wusste, dass, ich sage es immer wieder, ich wusste, dass Forrest Gump hat angerufen und gesagt hat, richte jemand ein. Genau, an das habe ich aber auch gedacht, als ich das erste Mal darüber gehört habe, dachte ich, das war doch Forrest Gump. Der hat angerufen. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe von denen auch noch nie was gehört. Ich kenne die Story um Nixen außenrum, aber von den Plammers, da war ich tatsächlich beim Trailer wirklich überrascht. Kannst du uns so in etwa anreißen, worum es denn jetzt genau geht in der Serie? Ja. Und so weiter und so fort. Und sollten dann eben auch die Wiederwahl von Nixen quasi mitorganisieren und unterstützen, dass Nixen wiedergewählt wird und nicht der demokratische Kandidat. Und ja, so haben die halt dann in Washington und überall ihr Unwesen getrieben, die Plammers. Genau. HBO ist ja wirklich eine Hausmarke und ich muss sagen, es ist mir schon in den ersten paar Minuten, war ich schon direkt im 70er-Jahre-Fieber. Im Hälfte. Also Setting, Klamotten, Musik, das sieht alles unglaublich gut aus, macht auch direkt Spaß. Bist du auch schon direkt reingezogen worden oder hast du gesagt, naja gut, ist okay, aber ist jetzt nichts Besonderes? Nee, also wirklich total, also auch von den Charakteren her, die waren halt wirklich gut in den Rollen drin, eben das ganze Setting, wie die halt dann rumgelaufen sind, da war halt das nur so on walk, dass da die alle so ihren Hut auf gehabt haben und so mit Aktentasche unterwegs waren. Dann dann auch quasi die Kinder, die dann so Mitte der 70er dann groß geworden sind und halt schon eben auch die Jungs dann längere Haare und halt ihren eigenen Kopfkaptong und so. War schon alles sehr gut gemacht, fand ich. Also hat mich wirklich gut gefallen. Ich war auch wirklich sofort da drin irgendwie und auch eben mit diesem alten Equipment. Also ich fand auch, die haben eine unglaubliche Detailverliebtheit an den Tag gelegt, das echt Wahnsinn war. Da hat alles gepasst, auch von den Autos, so die Unwesen. Umgebung. Man hat auch, finde ich, so ein Farbfilter drüber, dass es halt auch nach 70er Jahre wirklich riecht und schmeckt. Also man wird direkt reingezogen und die Klamotten sind halt echt ein absoluter Kracher und finde ich auch nochmal, ja, für die Zeit ist klar, aber wenn die da als mit ihren Schlaghosen rumlaufen und dann mit ihren Sonnenbrillen, das sieht so geil aus. Die Schnurrbärte, die Burt Reynolds-Schnurrbärte. Genau, und den Monster-Schnurrbart. Er ist heute schon gepasst und man muss ja auch so einfach nur erwähnen, dass die Serie ist ja, also die ist schon auch spannend und ernst, aber halt auch so satirisch angehauft, so manche Sachen halt so überspitzt oder so ins, ja, komedianisch ist das falsche Wort, aber es ist auch sehr unterhaltsam und sehr lustig. Es gab wirklich ein paar Szenen, wo ich ehrlich gelacht hab. Das stimmt, also es gibt viel Situationskomik, es gibt super spitzfeinige, feinsinnige Dialoge und der Humor kommt auch wirklich nicht zu kurz. Sie haben auch, finde ich, da einen ganz guten Weg eingeschlagen, dass es gerade so an einer Karikatur vorbeischrammt. Es wird nie ganz lächerlich, man frägt sich zwar teilweise schon, wie gewisse Sachen zustande kommen, weil die wollen zum Beispiel ein Büro eines Arztes untersuchen und unterhalten sich dann auf Spanisch, also zumindest Woody Harrelson, auf Spanisch mit der Putzfrau und versucht dann, da einen Zugang zu bekommen. Und die stehen da und du guckst hin und du denkst, also selbst eine blinde Putzfrau würde sehen, dass das Perücken sind und dass das alles also so laienhaft gespielt ist. Ja, also das war immer so dieses, sie sind die super Megaagenten und Spione und keiner merkt irgendwas und irgendwie denkst du, doch, das sieht man auf 50 Meter Entfernung. Und jeder, also ich meine auch dann später, wenn es dann auch gibt, gibt es auch eine Folge, wo es dann im Krankenhaus ist, also das ist so auffallend, dass ich mir wirklich gedacht habe, ey, das kann doch keiner darauf ernst nehmen und B darauf reinfallen. Das ist ja echt ein, das ist, also das fand ich richtig gut. Ich fand auch die Szene mit dem Walkie Talkie, die ist auch sehr gut gespielt und macht unheimlich viel Spaß. Was eben so, wie ging es dir eigentlich bei diesem ersten Zusammentreffen der Familien von, also doch, der Familien von Woody Harrelson und von Justin... Theroux, 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 genau, Theroux. Es stimmt, die kamen ja zu Besuch, die Familie Hand bei denen und der hatte ja fünf Kinder, also ich fand, das war, also das hat halt auch wirklich so 70er Jahre sein, also quasi, die haben fünf Kinder, die sind alle wohl erzogen, die, 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 die Frau kocht und, und ist halt bedacht, dass alles, dass es allen gut geht, aber die, die Härte war dann diese Schallplatte, die ich aufgestellt habe, also ich dachte, oh, auf einmal verstehe ich Deutsch. Mir ging es gut, ich habe auch gedacht, was hört denn der sich, was ist denn das? Und dann dachte ich, nicht dein Ernst, und zwar in voller Lautstärke. Du hast nichts mehr verstanden. Ja, also, sagen wir mal so, also quasi, die Rolle von Justin Theroux hat so was, hat so ein paar, vielleicht ist es nicht politisch, er weiß ich nicht, vielleicht politisch auch, aber er hat ein paar so Vorbilder, die ganz schön fragwürdig sind, auch in der Zeit. Ja. Aber einerseits, sie diskutieren ja nachher danach, und ich denke mir, ja, okay, also natürlich dann die Wortgebantheit und die, die Stärke, das muss man schon sagen, ja, da ist was dran, aber natürlich sollte das kein Vorbild sein. Absolut nicht, also ich habe auch gedacht, sag mal, und als auch, ich meine, es, Gott sei Dank ging es ja, ging es ja der Familie Hand genauso, die waren ja auch wirklich sehr schockiert und haben dann auch gesagt, ja, sag mal, leiser machen oder ausmachen oder warum hörst du dir das eigentlich an? Also, also, das waren auch so die Sachen, wo ich gedacht habe, wie willst du denn sowas, sowas kannst du nicht verteidigen oder kannst du nicht sagen, ja, gut, ist halt zum, ja, zur Entspannung, also, das, das aufzulegen, wenn ihre, irgendwelche Fremden auch da sind, das fand ich schon ziemlich strange. Aber es, ja, hat für gute Lacher gesorgt, auch dann, als das Haus mit Eiern beworfen wird. Wo so eine Pfade raufkommen ist und sich dann abgeseilt hat, da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, wieso macht ihr das jetzt? Vor allen Dingen mit der Pistole, springt dann mit der Pistole von oben in den Garten rein. Gut, der ist ja auch, der ist ja durchaus etwas, also, das sieht man ihm nicht an, aber der ist schon so der Radikale, der wo dann sagt, der passt mir nicht, denn der schieße ich. Genau, ja. Ja, das habe ich ja dann irgendwann sogar nachgelesen, dass ihm, ich weiß nicht, wie seine Rolle heißt, das ist der Gordon George, oder die? Ja, aber wirklich so, der hat dann wirklich, glaube ich, mal so vorgeschlagen, diese unbequemen Journalisten halt zu töten. Also, in echt, und ich glaube, es wird nicht getan, aber der, glaube ich, wäre schon wirklich so der Typ, der für Bs, und die haben, also, ich muss ja schon sagen, die Serie, es packt natürlich die ganze Sache überspitzt. Also, das ist natürlich schon alles basiert auf realen Tatsachen und natürlich alles etwas... Sehr überzeichnet. Aber so, ich glaube, so die Grundzüge sind schon richtig. Ja, gerade einfach in dieser, in dieser politischen Ära, wo sowieso niemand, niemandem irgendwie traut und jeder auch jeden anfängt zu bespitzeln. Und, ja, also, ich könnte mir da auch schon gut vorstellen, dass, wenn die gesagt hätten, du mach, der hätte das getan. Also, der hätte dann wirklich auch so seine, die unbequemeren, ach komm, weg mit. Also, ich fand den, den Cast, das ist auch was, was mir auch sofort dann ins Auge gesprungen ist. Also, Woody Harrelson, Lina Heddy und hier Justin, wie war der Nachname? Thoreau. Thoreau. Ach Gott. Thoreau. Und viele mehr schlagen sich super. Ich finde auch, Woody Harrelson spielt richtig, richtig gut. Der hat da anscheinend auch richtig Bock drauf gehabt. Die sind ja auch alle als Produzenten mit aufgeführt. Haben sie dich auch direkt abgeholt oder gab es was, wo du gesagt hast, ach, weißt du? Nee, also, komplett. Also, ich habe denen sofort geglaubt. Ich fand, das war wirklich die passende Chemie zwischen denen, dass quasi unsere hier, unsere beiden Top-Agenden jetzt zusammenarbeiten müssen, obwohl es halt eben grundverschieden sind und auch in manchen Sachen halt ziemlich, ziemlich gegensätzlich sind, aber dann auch ihre Erfolge feiern können und feiern wollen. Ich finde, das hat wirklich sehr gut gefasst. Alina Heddy als die Ehefrau von Hann fand ich super. Also, die war da wirklich so eine 70er-Powerfrau. Also, top. Top und auf der Rest. Ich fand auch die Kids ziemlich gut. Einfach auch dieses, der Sohnemann, der dann eher auf der liberaleren Seite ist. Ich meine, Harrelson ist es ja auch. Er ist ja auch eher gemäßigt, aber wer jemand sagt irgendwas über die Regierung und den Präsidenten. Ich meine, klar, der arbeitet für die. Aber was mich so ein bisschen gewundert hat teilweise ist, er ist ja jetzt auch bei den Plammers nicht einfach hineingeworfen. Also, er wurde schon hineingeworfen, aber er hat ja schon für die Regierung gearbeitet. Und trotzdem erzählen aber beide immer wieder ihre Erfolge, auch wenn die Leute natürlich nicht so glauben. Aber sie prahlen da schon ein bisschen rum. Ja, sie halten sich ja wirklich für die, ja, die großen Spione und konnten das. Ich glaube, vor allem bei der Budi-Helsens-Rolle war das so, der war halt quasi da bei der CIA oder so, bei der Regierung da so auf dem absteigenden Ast. Also, der war quasi nicht mehr so der Mann fürs Grobe. Und da wollte er sich halt eben jetzt wieder brillieren oder in den Vordergrund spielen, dass halt so quasi ich habe die Connection zum Präsidenten. Und hat irgendwer gesagt, das war, oder ich weiß nicht mehr was, Justin Sarota, Woody Harrelson, wo er gesagt hat, dass der Präsident hat, das war das beste Memo, das er jemals gelesen hat. Irgendwann hat er von ihm weiter ein Memo geschrieben, wo der Präsident hat wohl gesagt, das ist das Beste, was er jemals gelesen hat. Ja, ich meine, Woody Harrelson sagt ja auch gleich am Anfang in der ersten Folge, oder ist es in der zweiten, dass er auch mit dem Präsidenten essen geht demnächst. Und alle, ja, wirklich, wirklich, ja, also mit einem Vertreter vom Präsidenten. Aber der ist im innersten Kreis. Also sie haben da schon beide ein ziemlich hohes Geltungsbedürfnis. Ja, vor allen Dingen aber natürlich innerhalb der Familie. Also das sind natürlich dann die Kinder beendet und sind, boah, unser Vater spricht mit dem Präsidenten. Ja, witzig fand ich es dann auch noch, dass er dann erklärt hat, wer Che Guevara ist. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, ist die Gang, die sich dann um sie noch formieren, zusammen mit den Hispanics, die dann versuchen, irgendwelche Sachen oder irgendwo also halt ins Hotel einzubrechen und dann sagen, ja, irgendwie, ich hab nicht alles dabei, was ich brauch und ich hab's aber. Und Werkzeuge dabei, ja. Das hatte was von Ocean's Eleven teilweise. Also da so die dritte, vor allem die dritte Folge, hab ich so Ocean's Eleven-Style. Und du, also, ich hab ja sogar das Stück halt immer mitgefiebert mit ihnen, dass sie es halt wirklich irgendwie dann mal schaffen einzubrechen, obwohl das natürlich hoch illegal ist, dass sie es nicht machen und das man eigentlich verurteilen sollte. Aber irgendwie hab man so ein bisschen mit denen mitgefiebert, dass sie es halt dann doch noch irgendwann einmal schaffen. Die Sympathiepunkte ziehen sie relativ schnell auf sich. Also egal, wo man auch denkt, okay, das ist alles fragwürdig, was ihr hier macht. Aber man hat sie schon relativ schnell lieb. Die Ideen waren gut, die mit denen sie es versucht haben, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, ja, ich mein, da wird auch keiner verurteilt, sondern du hast dann wirklich relativ schnell die Sympathiepunkte bei den Plammers, wo du denkst, auf Jungs, das schafft ihr noch. Irgendwie kriegt ihr es hin. Und irgendwie kriegen sie ja auch alles hin. Ich hab das ja dann... Fast. Ja, ich hab das ja dann auch noch nachgelesen gehabt. Also, dass diese spanischen Jungs, ich glaub, das waren Ex-Kubaner, die halt damals irgendwie so in der Zeit der Kuba-Krise dann irgendwie so in die Seiten wechseln, wo der irgendwie so weiter Hauert Hand hatte, da irgendwie, ich hab's nicht mal komplett durchgelesen, da hat der irgendwie so bei der Kuba-Krise war der irgendwie mit am Start und so und hat irgendwie seine Finger drin gehabt und hat da immer irgendwas gemauschelt und quasi mit den Leuten von damals, die hat er jetzt eben halt hier auch mit engagiert. Genau. So zu sagen. Alle haben sie eins gleich, sie hassen Kennedy. Ja. Und wie gesagt, den Witz finde ich ja wirklich zum Teil wirklich on point. Ja. Und ja, was wir ja auch schon gesagt haben, einfach auch nett übertrieben, sondern es hält kurz bevor es wirklich so absurd wird. Also, es wird zwischendrin schon ordentlich absurd, aber es ist immer noch so, dass man sagt, okay, irgendwie nehme ich es euch ab. Also, dass es wirklich so passiert ist. Ja. Auch wenn bestimmt einige Passagen halt, wie du auch schon gesagt hast, überspitzt sind. Ja, was hast du noch zum Anmerken? Oder soll man zu einem Fazit kommen? Will es zum Fazit kommen? Weil ich glaube, das ist wichtig, ist ja mal gesagt. Also, ich muss jetzt gestehen, es sind ja nur fünf Folgen. Ich habe die letzte noch nicht gesehen. Da bin ich jetzt aber dann auch gespannt. Da freue ich mich jetzt darauf, wenn es dann auf Sky, auf Wow kommt. Weil ich dann, und ich möchte es mir dann auch nochmal auf Deutsch anschauen, weil zum Teil, also die englische Sprache ist schon sehr gut, aber man muss sich schon sehr hart konzentrieren, weil Woody Harrison, ich habe mir gedacht, es erinnere mich irgendwie so an der Part in Manon Brando. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist sehr gut gespielt, es ist sehr unterhaltsam. Wer es dich heute eben auch für diese Geschichte interessiert, ist sehr empfehlenswert. Also, ich freue mich jetzt noch auf die letzte Folge und wie gesagt, ich schreibe mir die anderen Folgen auch nochmal auf Deutsch an. Ja, werde ich auch machen. Ging mir auch so. Ich habe teilweise wirklich auch Probleme gehabt, die Leute zu verstehen, weil einige wirklich sehr nuscheln. Es ist halt auch sehr spezifisch und es sind halt auch viele Fachausdrücke dabei, die einem halt nicht so geläufig sind. Da freue ich mich auch drauf. Und am 2.5. kommt es ja auf Sky, das erste Package ist, sind auch zwei Folgen und dann die restlichen drei kommen wöchentlich. Mir hat sie auch viel Spaß gemacht. Ich werde sie, wie gesagt, auch nochmal sehen. Und ich hoffe, euch hat unsere Besprechung gefallen und ihr guckt rein. Ich sag schon mal Tschü Tschü und dann darf die Theresia. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.